So, Freunde, hier jetzt wieder mal MW und so, ne? Äh, wir machen mal ne kleine Challenge, wir machen einfach mal ein Sniper-Battle. Jeder spielt Sniper, Spielregeln sind, wenn man keine Muni mehr hat, darf man knifen, sonst nur Sniper benutzen, Flashes und Claymore sind erlaubt, aber sonst nichts. Keine Zweitwaffe und kein Messern, wenn man noch Muni hat, verstanden? Und Claymore ist erlaubt. Claymore ist erlaubt. Nimmst du schon auf? Ja. Claymore ist erlaubt. Nimmst du schon auf? Claymore ist erlaubt. So. War nicht so lange, ah, jetzt. Ich spiele die Intervention, die anderen Noobs müssen eher die Autosniper spielen. Ne, ich spiele auch Intervention. Sekundär darf man nicht benutzen. Sekundär nicht benutzen und gemessert wird erst, wenn... Oh Gott, sieht das anders aus, ganz ehrlich. Warte, da muss ich mich das mal einspielen. Hä, wie, was sieht das anders aus? Alter, scheiße, statt der Flip hinter mir. Äh, Abschusskamera ist aus. Ist gut. Bin ich gut. Oh, ich dachte, das ist so. Renn doch! Oh, 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 oh! Alter! Hab ich schon gekriegt. Hey, Nils, was spielst du eigentlich, wenn du Sniper? Äh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich... Da ist einer hinter mir, einer. Er spielt Intervention. Intervention. Boah, Mann! Intervention. Das ist doch voll assi von euch. Ey, jetzt hab ich schon... Nein, ich will kein... Ne, kein Freund von dem Typ, wie da sein. Alter, es... Leckt bei dir nicht, aber ist ja scheiße geil. Für die Aufnahme! Oh, verdammt. Du hast gemessert, ich darf dich freikillen. Das macht ein Freikill. Stell dich. Nils, bleib stehen. Nö. Ne, ich hatte ein Freikill. Messereflex. Ja, den musst du immer ausschalten. Ja, das sag ich die anderen auch immer, dann bringen sie sich dazu weiter auf. Ja, weil Messern halt verboten ist, einfach. Ja, mei, aber... Ja, nix, ja, mei. Sonst trainiert man sich den Messereflex immer an und dann... Ne, du brauchst du nicht. Ne, Floh, sehe ich nicht ein, dass du da hinten kämpfst. Weil es da die ganze Zeit die roten Punkte von irgendwo ganz weit hinten kommen, äh, spielen wir es nicht mehr... Ja, ja, ja. Hier vorne ist oder in der Stadt oder was? Nein, Floh, stand irgendwie... Ach, jawohl! Ne, ich hab nicht mal Schaden. Scheiße, ich hab daneben gezielt. Ach, Floh, das ist doch voll unskillig, was du da spielst. Ja, ich weiß, ich kann alles andere nicht, Entschuldigung. Ja, dann muss... Ich konnte es auch nicht, dann übe halt einfach mal. Ach, geh doch... Wieso hast du das? Ach, fick dich, die ist. Ne, was hab ich eigentlich dazu, dass hier... Fick dich, weil die grad killen, ja? Weiß ich schon. Ah, Gott. Boah, ich hab 60 FPS, es rüttelt aber trotzdem. Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Scheiße! Darf man Granaten? Nein. Außer Flash. Boah, scheiße. Ja, das sind ja... Was, außer Flash darf man nichts? Flash, ja, genau. Ja, Flash und... Ja, Flash und Claymore halt. Aber wenn du was anderes außer Claymore, äh, Sniper hast, dann... Äh, ist es sowieso behindert, ne? Weil zum... Scheiße! Sniper gehört halt nur mal Claymore. Und Nils, ich hab dich grad Nosecope weggehauen. Schön für dich, interessiert mich aber nicht. Ich hab auch dein Talvention lustigerweise C4, aber... Muss ich mal ändern. Was macht ihr da drin? Das ist so lustig. Ja, ich hab... Fabi, kein Nass-Stand! Oh shit, keine Munition. Keine Munition? Dann darfst du mestern, wenn man keine Muni mehr hat, darf man mestern. Aber nichts anderes. Ja, ich lieg aber grad auf dem Boden rum, weil ich... Da liegt ne Waffe aufheben. Scheiße! Scheiße! Nein, du angehittet, das gibt's doch nicht! Flut, du bist ne Arsch noch. Bin ich gern für dich. Alter, hat die dann verzogen, wo du mich getroffen hast, ey! Boah, das ist so genau immer ne Millisekunde, bevor ich abdrück, hast du mir einen reingedrückt. Ach, komm! Konstruktiert man sich auf den anderen und dann... Ja. Hilfe! Oh Gott, spiel ich scheiße! Ach, Flo! Oh, Scheiße! Wiederhole, auf der Rumpel. Ich mag die Intervention. Ich hoffe, ich hab Flasch drin, wenn ich denn nicht bin. Scheiße, ich hab vergessen, dass sie keine... Sehr gut, Fabi hat... Also gut gemacht. Ach, Mann! Weil man mit der Sniper halt auch den... Nee, fast gar nicht beziehen kann, ohne einen Weg. Ich hab auch nicht angelegt. Ne! Ach, komm, ich wollte dich hochjagen. Dann muss man halt trotzdem treffen. Oder liegt man es weiter, wo ich sie darf. So, hab ich wieder Muni. Hattest du vor keine Muni oder was da los? Nö, ich hab deine Woche aufgehoben und die hatte dann keine Muni mehr. Ey, du Asi. Scheiße! Wie kann ich da mal bitte? Ach, komm, da kommt der andere rein. Alter, wer hat er da auf seiner Sekundär und ist dann gestorben. Von hier lagen die 18er Kimbrüse rum und es geht nicht, wenn man nur mit Sniper spielt. Oh. Ich dachte, er hat mich nicht gesehen. Oh, Schattertop. Oh, Shit. Trauer. Ach, die hab ich jetzt behindert gepennt. Oh, Shit. Glaubt auch, du Spacken. Oh, mein Gott. Alter, was? Ich war genau auf dir drauf, ey. Leck mich. Trotzdem nicht. Doch, ich war genau auf dir drauf, hab abgedrückt. Aua. Alter. Bist du mich verarschen? Wie hatten die Clamer den nicht gekillt? Alter, leck mich. LECK MICH! What the fuck, ey! Alter! Was hat das denn gerade? Mal, hör auf, so rumzuschreien. Ich hab gerade dreimal hintereinander den nicht getroffen, ja? Da geht's nicht, dass ich nicht rumschrei. Das regt mich dann einfach auf. Alter, Demo. Alter, wie, ich drück immer eine Millisekunde zu spät ab, weil immer wenn ich auf die Tasse drauf hämmere, bin ich schon tot. Ach, ich nehm jetzt wieder Autosniper. Feindliche Aufklärung ohne Gesichter. Ihhh, ne Träume. Auf Nahkampf ist die halt mega OP einfach gewinnen. Ja, aber auf Entfernung kann die Nachteile haben. Ja, das stimmt. Ich mag die trotzdem lieber, weil ich das andere einfach null kann. Entschuldigung für meine... Fabi, freigemessert. Fabi, wer das macht denn? Freikill. Nein, ich hab keine Muni mehr. Ach so, dann darf er ja. Ja, dann sag doch an, dass du keine Muni mehr hast. Oh, sorry. Und nicht einfach so. Ich sag nicht. Jetzt nicht. Bude. Ach stimmt, ich hab jetzt die andere. Ich kann nicht ja wieder draufholzen. Oh, Philipp. Hallo. Ja, Philipp, so ein Schuss. Oh, misst du sparten. Was ist das? Mathieuriam! Ach, du willst. Oh, da war jemand, Peter. Ach, Philipp, passt wieder ein Schalldämpferter auf. Ja, Logo. Jo, hada. Auf der Autos, ne, war natürlich. Scheiße! Mach, 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 geht's auch. Ja, ich hab mir die halt von Philipp aufgehoben, ne? Will halt mal so ein Schalldämpferst jetzt. Ja, ich hab sie von Philipp aufgehoben. Heißt also, ergo, ich hab die gleiche Waffe wie Philipp. Wo sind die Vorräte? Da hinten sind die Vorräte. Da geh ich jetzt hin, Freunde. Aua, da schießt sie auf mich. Aua! Das ist ne Lüge, Flo, ich schieß gar nicht auf dich. Die Frage ist natürlich von wo. Vielleicht bin das ja gar nicht ich, der auf dich schießt, sondern Manuel Neuer. What? Okay. Er stink halt einfach. Ich stinke nicht. Ich huste. Alter, ein, 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 ein Tarnkappenbomber. Er stink halt einfach und nicht stink halt. Ach, scheiße. Was hab ich gesagt? Achso, er stink. Ich hab verstanden, er stink halt einfach. Den hab ich gar nicht gehört, wie der angekündigt wurde. Ja, natürlich nicht, das ist ja auch ein, äh, Tarnkappenbomber, du Mungo. Sehr geil. Oh! Da kann ich auch selbst erzählen. Jetzt sehr falsch. Das gewinnt nicht, ich muss nachladen. Ja, Flo. Hey, hab die doch geflasht. Meine Güter. Leck mich am Arsch. Ja, mal, guck du Hude. Ja, shit. Warum hab ich angelegt? Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Ja, ich hab' das. Alter, ich hab' mich dann aufregend. Scheiß. Ich rig mich auch auf, darum hebe ich die immer mal wieder auf. Ich lasse mich nicht dazu herabschlüchtig zu spielen. Doch so immer mal wieder ist es ein bisschen witzig. Wie konnte ich denn den nicht treffen, ey, leck mich ab, Säckle. Alter, warum habt ihr immer so wenig Muni in eurer Scheiße drin? Fabian, hattest du keine Muni mehr? Nein, sorry, das war so nix. Ja, dachte ich schon, weil ich wollte schon wieder loslegen. Warum sagst du denn da nix? Dann leg' los. Fabian, der Scheiße. Sag mir nirgends mich auch freikälen, oder? Egal. Oh. Äh, das war jetzt aber mal gut, musst du zugeben, Nils. Flo, nichts, was mit der Autosnapper passiert ist, gut, ja. Ach Gott, da wollte ich schön Flo wegmachen, aber nein, Philipp. Nee. Oh. Dich nicht ein. Ja. Scheiße, ich hab' kein... Jawohl, jawohl, Fabian, die gleiche Muni wie ich. Ich hab' kein... Jawohl. Was? Aua, aua, ich muss da weg. Ja, ne, Flo. Oh, ich weg. Ich seh' kein... Scheiße! Boah, Alter, die, die wohl kein Eis kalt hatten, waren irgendwie in der Halle drinnen. Die anderen waren... Puh, was weiß ich wo die waren. Die waren ja eiskalt. Mongos. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Alter, wie konnte ich den denn nicht treffen? Ey, das war doch ein 100 von 100 Kill, ey. Boah, da hab' ich viele Schüsse gebraucht. Ich hab' nicht im Arsch. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Shit. es geht richtig ab mit der sniper und ich habe gerade so gar nichts drauf ich weiß auch nie von wo er mich killt endlich er wurde der erste schluss einfach nicht getroffen hat ich hasse es wenn mark immer auspackt dann sehe ich immer nix auf dem radar und keine ahnung wer hat der erste praktik einstieg was nein Taktik Einstieg hatte ich nur mal auf irgendeinem Testen Klasse aber das hat nicht funktioniert das war voll dein war voll gut Flo wende deine Sätze halt nicht das war voll keine Ahnung behindert von Hallo Scheiße Mann wie du die Sack wenn du eine hast dann schaue ich sie auch an wenn sie kommt so habe ich das nicht mehr beim Arzt gemacht ich hab ich hab der Claymore ins Auge geschaut der Claymore äh ja natürlich kommt dann von hinten einer boah ich hab grad vollen Einbruch äh von wo Alter lecker äh Flo weißt du was ich packe jetzt wieder aus uuuhu scheiße hab ich den Claymore gesehen hab mich erschrocken bin zu der Kunst ist hochgegangen wo auch und wer angucken können die Pessern mit denen Konterdruck er mal aufhören und die hat nur ich hier kann der Pessern mit der Konterdruck mit der Pessern Alter der war genau auf dem Kopf eh Alter heute habe ich aber auch gar kein Glück lässt mich ach so jetzt aber ich von wo ja so bin ich dir natürlich nicht war das von ihr Hallo Flo ja logisch und das war hinter dir einer von hin ja das war ich halt wieder ne sag jetzt oooooow haha Oooooow oooh Oooooow Bodo kleiner Dreckiger Brigitte oooh oooh hh was war das denn ja natürlich kann ich mich nicht mehr auf weiter scheiß lasst du morgen da habe ich der ddr erste schuss hat voll gesessen als alter aua auf philip du unskeliges kleines tier du ja ist denn ich habe zuerst mit der menschen welche abgeraht und jetzt will ich aber wieder nicht spielen wo bin ich also ist ja die lange hätte den kill musst du dir geben ohne luft dann nein das gibt sich wichtig nur an hätte das gibt es nicht ich war voll auf seinen hässlichen schädel drauf ja ich nehme wieder intervention ich hab's nie geändert da hat mich doch einer gesehen keine habe ich das stück alter aua ich wollte gerade anvisieren wiederholen hier ist so kommst du wieder ja wenn ich dir das dann bist du freundlich nein ich habe noch nicht weiter bekommen aber mit seiner auch schilder bei der kille russen ich bin aber wird das nicht nicht lange gesehen aua an die hälfte wo es bin ich nicht so kapiert es geht es jetzt scheiße da hat es er hat du bist ausgubglück mehr als ich scheiße der erste weiter immer in dem Moment wo ich abdrückt es gibt es nicht so reihe natürlich und haben ja noch nachher wieder das ist ja nicht zu fassen was denn alter scheiße feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet ich würde mal sagen ich habe mich recht gut selber geflasht ach du warst das ich würde mal sagen irgendjemand hat hier gerade recht gut daneben geschossen ich würde mal sagen ich habe an Fabi einen recht guten Header gegeben ich würde mal sagen wir benutzen zu oft das Wort recht aufgeregt scheiße man da war ich am Nachhinein du hast recht Aua ach Philipp der ist oben drauf ne wurscht ja natürlich zwei Seiten ach der war schon tot alter ich habe den angehittet und der Fabi killt den uuuh na darf ich jetzt die Light auch ja darf ich oh da liegt ja einer nein Philipp nein Flo scheiße danke Flo du hast mir das Leben gerettet ja aber da ist jetzt gleich Marco bei dir AAAAAH ach da kommt der auch noch von Hinten ey fick dich ins Knie na warum denn ah man Nils ich wollte den hochjagen ich wollte den Sprengen nein ich habe keine terroristischen äh Dings h h hintergrund nein n n n immer piff auch mal Fabi lang lang hat es gedauert alter er n 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 geht dich den wieder nur an was anderes geht irgendwie mit der snipe ja nicht mehr sonst immer wollen mit dem aber auch ja ich weiß nicht mehr sind ja ach man lecklich was heißt Prozent die ist sie ja herr ja aber auch Flore bis zu einem Morgen nur der gelegen Mark ich konnte es machen ja für die Nilswald hinter mir und deswegen musste ich nicht umdrehen deswegen konnte ich dich mit Gott sei Dank das ist scheiß jetzt ist aus Ups tschuldigung Alter ich hab doch abgedrückt der war kommt der Schuss im Nachhinein nicht an der verschwindet irgendwie in der Luft auf einmal war nicht nett das war Flo professionell selbst geflasht würde ich sagen heiße Aua Nils räumt voll ab mit Sniper das gibt's nicht Ah Nils Ah ne da konnte ich nicht mehr aufrücken schade 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 ja als du nicht so als wärst du irgendwie voll scheiße oder so ne hast das hätte ich noch machen müssen ja ja aber nicht äh wo ist er hin auch da ich war hinter dir dann noch oh shit na ich dachte man darf nicht außer Flash und Claymore und Claymore und ich wurde noch nie von so einem C4 gegen Kälter wie das dann bei dir ausgesehen hat da kommt er nicht oh Gott darf jetzt die vier ach halt das man darf nur Claymore und Flash benutzen ja C4 ist halt witzig und geflasht die vier ist wenn sie vier sind wie nicht so gut wie Claymore und nicht weil Claire weil bei C4 musste halt ständig irgendwie so in Sichtweise sein Alter ich hab dich noch gekillt bevor ich alter ich sie nur weiß alter ja das war jetzt nicht skill ich tiffen der Nils ich bin äh äh da kam er ist halt erst wieder der Philipp ne Achtung feindliche Vorräte was soll ich mal wieder meine Sachen raushängen lassen da die Sorge hat nicht Dankeschön so für dich nicht auflösen lässt du Philipp in Ruhe die Frasse habt ihr jetzt echt die Kiste aufs Dach platziert wir sind halt mega geile Typen halt ne aber ich brauch Platz für was anderes komm sprichst aus sag ich hab sie am Dach platziert ja ich hab sie am Dach platziert aber Aua ach Nils kannst du irgendwie nie ein Battle zwischen mir und Philipp einfach mal zu Ende wirken lassen nein du musst immer eingreifen du Mungu Alter wie viele wie viel Treble ist in der Hine-Mitte ey stehe da was auf dem Dach und du kannst nicht holen weißt du wie scheiße das gefühlt ist was wo ach so auf auf dem Dach das will ich jetzt sehen au doch Nils wo bist du eigentlich da immer ich seh dich da nie oh wer hat da grad ne Clamer geplantet hab das gehört scheiße ficken hm 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 es gibt sich ich hab dir drei schuss hinterher ich bin so scheiße gerade jetzt wünsche ich mir doch irgendwie der autosniper gerade jetzt bleibt doch mal stehen philipp einfach nicht gekillt hat das gibt's nicht ich habe so pech einfach nur die ganze zeit ja noch einer ja noch nicht nur noch nicht ob das glaubst du oh gott das sind zwei hatte ich sehe nix alter wie ich einfach im anvisierten modus einfach 0 c nicht sinn und zweck der sache willst du mich verarschen ich war dreimal voll drauf und was passiert nicht mal hit noch gar nix Prozent ja ich hab nichts mehr gehört Nieselte die Planung an vorher ist was ich drin hatte scheiß Munition zwei Waffen nicht mehr Mann bestätigt die die jetzt habe ich er hat ihn die GmbHs schuldig aus 60 Schuss plus mal von das war jetzt er plötzlich die Klamour zur Scheiße was heißt die scheiße die sind dann nicht für den eingang eingerichtet sondern für den anderen eingang das gibt es nicht es gibt es ne Flo oh man Philip ich hatte so viel Schuss Alter war ich geflasht hey Flo es interessiert mich herzlich wenig wieviel Schuss du hattest ja ich hatte letztes Gefecht ähh 3 habe ich in der Liste gehalten das ist Fahli was erwartest du das bin ich was erwartest du nein jetzt bin ich ja bald was Aua ich bin grad auf nem harten Scheiße Trip muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen ich auch ich kann grad nix ich brauch mal wieder ne Autosniper oh da liegt einer boah die haben immer so wenig Schuss wenn ich die aufhebe die haben noch ein Magazin und dann immer Ende hihihi die war scheiße geblattet ah mh ich hatte keine Muni mehr ich hatte keine Muni mehr ach fatse hey Alter Fabi du hast ne Fünfer Abschluss Serie Fabian Maschine nein ich hatte das in Vorräte also ich geb's dir dann ist ja scheiße eine Fünfer Abschluss Serie Fabi ja wer schaffts nicht mich zu kellen ich bin's nicht entweder Flo oder Fabi weil ich ne Autosniper oh shit da war er nächstes Jahr noch hin dass ich in den Kopf anvisieren kann oder hat Martin wieder aufgehoben nein ich bin ja vorrede der Kumpel oh oh Scheiße hier ist es Freikel wo möchte die auf Reisfeld oder so ja wo bist du so muss hier erstmal finden sag mal ich rache ah oh Scheiße ich hab dir das Vereinigte 100 Prozent alleine bleiben mit Zweckflug schießen die Luft äh ah da ja will ich auch messern yes morgen ok ich sehe das hast du vor und der Freuden Servus pfff oh shit Harrier wer hat hinterfährt ein Harrier das ist kein Harrier das ist ein der Luftschlag Prezisionsluftschlag wieso geht ja nix es kann sein dass ich äh äh Drohne äh Vorräte und Atombombe drin hab weil ich die gerade reingetan hab aus Spaß was Atombombe ja nice warum kommt mir jetzt niemand mehr weil du stinkst oh Gott yes es geht bei Sniper einfach ab ich will jetzt gleich nochmal schrotzen battle ja nein ja oh mein was ist das für ein Pech bitteschön oh Mann Philipp komm her das ist so unglaublich was für ein Pech ich habe ich visier den an kopf ja in dem Moment wo ich abdrückt bewegt er sich aber nichts genützt ach Gott ja natürlich halte mal abwarten hey philip ich habe einen Freikill auf dich ne ja und dann kill mich ja wo bist du ja ja die spieler und ich kann nichts dagegen so last kill ne der wird jetzt aus Aua Aua oh Flo jetzt habe ich wieder meine erste genommale Sniper Achtung feindliche Aufklärung trollege kochen aus dem Last kill leck ich brauche aus dem Aufklärung einfach doch man shit oh shit ich stand grad oh noch ein Headshot ey alter das war behindert behindert Freunde ja Philipp was war das hast du den Schuss gesehen daneben der eingeschlagen ist Nils ich hab da drauf gewartet wir sehen uns nächstes mal wieder tschüss tschüss tschüss